Würdest du gerne neben deinem Job online Geld verdienen, weißt aber nicht wo und wie, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. In diesem Videokurs würde ich dir gerne zeigen, wie du neben deinem Job mit weniger als 2 Stunden am Tag dir ein Nebeneinkommen aufbauen kannst. Was genau, werden wir doch im Detail hier in diesem Kurs besprechen. Erstens Zielsetzung für diesen Kurs. Im ersten Kapitel dieses Kurses werden wir uns anschauen, wie wir realistisch unser Ziel erreichen werden, ein Nebeneinkommen aufzubauen mit weniger als 2 Stunden Arbeit am Tag. Zweitens Gewerbeanmeldung. Für viele in diesem Kurs vorgestellten Einnahmequellen benötigst du ein Gewerbe oder zumindest den Freiberuflerstatus. In diesem Kapitel lernst du, wie du unterschiedlichste Gewerbe Schritt für Schritt anmeldest. Drittens 15 Wege nebenbei Geld zu verdienen. Es gibt viele unterschiedliche Wege Geld im Internet zu verdienen. Wir werden uns nun 15 vielversprechende Wege anschauen, um einen Nebenerwerb online aufzubauen. Wir sprechen über Themen wie Amazon Kindle, ein T-Shirt Business, Ebay Dropshipping, Service Flipping, Online Kurse, Transkriptionen und vieles mehr. Viertens Zeitmanagement. Gerade wenn du viel jeden Tag zu tun hast oder noch in einem Angestelltenverhältnis bist, solltest du auf dein Zeitmanagement achten. In diesem Teil des Kurses erhältst du praktische Zeitmanagement Tipps, die dir helfen werden, deine Zeit jeden Tag zu maximieren. Fünftens Motivation. Vielen Leuten fehlt es an Motivation, wenn sie ihren Nebenerwerb aufbauen. Dieses Problem hoffe ich aus dem Weg schaffen zu können, durch Motivationsstrategien für jedermann. Worauf wartest du also noch? Schreibe dich noch heute hier in diesen Kurs ein und wir beide sehen uns dann gleich im ersten Video. Ich freue mich auf dich.